Willkommen bei der ZARA Import EZA-Onlineschulung. Das Import EZA-Modul lässt sich über den folgenden Menüpunkt öffnen. Innerhalb der Import EZA-Sendungsübersicht gibt es mehrere Selektionsfelder. So kann beispielsweise nach der Bezugsnummer, einem Zeitraum von bis, den Arten der Anmeldung und der Fuhrpapierart sowie der Atlas-Registriernummer selektiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, nach den verschiedenen Status zu selektieren. Hier kann zwischen einem Status und mehreren Status durch Anhaken entschieden werden. Zudem kann über die Statusselektion das Import EZA-Archiv aufgerufen werden. Hierfür können alle Markierungen aufgehoben werden und der Status bestätigt ausgewählt werden. Mit dem Button Standard kann die als Standard eingestellte Selektion mit einem Mausklick wiederhergestellt werden. Neben den verschiedenen Selektionsfeldern verfügt das ZARA Import EZA-Modul über mehrere Bearbeitungsreiter. Im Reiter Bearbeitung kann eine Sendung geöffnet sowie gesendet werden. Zudem können sämtliche Formulare sowie das Fehlerprotokoll eingesehen werden. Im Reiter Selektion und Info können verschiedene Selektionen und Suchen gesetzt, aber auch eine Sendung kopiert werden. Der Reiter Storno verfügt im Wesentlichen über die Button Löschen und Storno. In den abschließenden Reitern Extras und Markierung kann zum Beispiel eine Disposition durchgeführt oder Markierungen entfernt werden. Über den Button Neu wird eine neue EZA erstellt. Im ersten Schritt müssen die Grunddaten wie zum Beispiel die eindeutige Bezugsnummer und die Atlas Zollstelle angegeben werden. Im Bereich Zollabfertigung müssen Angaben zum Steuerungscode und zur Art des Geschäftes getroffen werden. In diesem Schritt kann auch entschieden werden, ob die Angaben zur Ware auf Positionsebene in Form der elfstelligen Warentarifnummer oder auf Basis des hinterlegten Artikelstamms erfolgen soll. Mit einem Doppelklick auf das Feld oder einem Klick auf die Lupe lassen sich alle Codes für das Feld Art des Geschäftes anzeigen. Im Feld Zahlungsart muss die Zahlungsart für Abgaben und Zölle hinterlegt werden. Im nächsten Schritt erfolgt die Angabe eines Vorpapiers. Auch hier kann mit einem Doppelklick oder dem Klick auf die Lupe ein Auswahlfenster geöffnet werden. Im Auswahlfenster werden alle anzumeldenden Vorpapierarten angezeigt. Zum Abschluss des Reiters Grunddaten müssen noch Angaben zur Eingangszollstelle, dem Beförderungsmittel usw. getroffen werden. – Ja. Versuchen Sie. Holden. Beförder Ga MIT Die Angabe der Adressen erfolgt in Form eines Adresscodes. Dieser kann mit Klick auf die Lupe aus dem ZARA-Adressstamm ausgewählt werden. Innerhalb des Adressstamms können alle Adresscodes verwaltet werden. Das Handels- und Versendungsland wird automatisch aus dem Adresscode gezogen. Nach Angabe des Käufers, Empfängers, Anmelders und Zollwertanmelders muss abschließend noch das Kennzeichen für den Vorsteuerabzug gesetzt werden. Abschließend können im Reiter Adressen noch Angaben zum Kennzeichen DV1 getroffen werden. Im Reiter Packstücke müssen Angaben zur Verpackung der Ware getroffen werden. Wird die Ware in einem Container befördert, so können diese Angaben im Bereich Container hinterlegt werden. Im Reiter Frachtkosten müssen Angaben zur Lieferbedingung und den Lieferkosten getätigt werden. Hierbei muss die Lieferbedingung mit dem zugehörigen Lieferort, Zollwertkennzeichen und dem Betrag für die Lieferkosten samt zugehöriger Währung angegeben werden. In diesem Bereich können auch noch Lieferkosten außerhalb der EU angegeben werden. Zum Abschluss der Grunddaten werden noch die Aufschubkonten für Zoll und Eust angegeben. Die Aufschubkonten können über die Lupe ausgewählt werden. Für jedes muss eine eigene BIN beantragt bzw. hinterlegt werden. Es können sowohl eigene als auch fremde Konten verwendet werden. Mit Klick auf den Button Rechnungen springt ZARA automatisch in die Positionsebene. Die Positionsdaten teilen sich in den Rechnungskopf und die Rechnungspositionen auf. Im Kopf der Rechnung werden zunächst Grunddaten wie die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum hinterlegt. Anschließend erfolgt noch die Angabe des Rechnungsbetrags mit der dazugehörigen Währung. Mit einem Klick auf Positionen springt ZARA automatisch in die erste Rechnungsposition. Innerhalb der Position müssen nun genaue Angaben zur angemeldeten Ware getätigt werden. Der Steuerungscode sowie die Art des Geschäfts werden hierbei aus den Grunddaten automatisch übernommen. Im nächsten Schritt muss eine Artikelnummer hinterlegt werden. Diese kann auch direkt aus dem ZARA-Artikelstamm abgerufen werden. Des Weiteren muss das Ursprungsland der Ware angegeben werden. Im Bereich Mengen und Gewichte muss die angemeldete Warenmenge mit dazugehöriger Mengeneinheit und dem Nettogewicht der Ware angegeben werden. Abschließend muss der Preis der Warenposition hinterlegt werden. Mit Klick auf OK kann die Position abgeschlossen werden. Zu jeder Rechnungsposition können nun noch Unterlagen angegeben werden. Wir legen in unserem Beispiel die N380-Kodierung für eine Handelsrechnung an. Alle anzumeldenden Unterlagenkodierungen können im Feld Unterlagen auch über die F5-Taste angezeigt und ausgewählt werden. Um den Erfassungsaufwand zu reduzieren, besteht zudem die Möglichkeit, jede angelegte Rechnungsposition zu kopieren. Sofern weitere Rechnungspositionen erfasst werden müssen, können diese mit dem Button Neu angelegt werden. Ist die Erfassung der Positionsdaten abgeschlossen, kann der Bereich über den OK-Button verlassen werden. Die Erfassung der Einzelzollanmeldung ist nun abgeschlossen. Die Sendung kann nun über den Button Verarbeiten durch ZARA überprüft werden. Sofern die Verarbeitung korrekt und die Sendung plausibel ist, wechselt der Status in Verbucht. Sobald der Status verbucht erreicht ist, kann die Sendung an das zuständige Zollamt gemeldet werden. Hierzu muss der Button Senden ausgeführt werden. Die Einzelzollanmeldung wurde nun an das Zollamt versendet. Sobald eine Rückmeldung seitens des Zollamtes eingeht, wechselt der Status der Sendung. Sobald die Sendung vollständig abgefertigt ist, wird der Steuerbescheid vom Zollamt bereitgestellt. Dieser kann über die Formularverwaltung aufgerufen werden. Um den Steuerbescheid auszuwählen, muss der Haken im Auswahlfeld gesetzt und zum Beispiel der Button Drucken betätigt werden. Der Steuerbescheid wird dann als PDF-Dokument angezeigt. Im Steuerbescheid werden alle relevanten Angaben, wie zum Beispiel Zölle und Eust, angegeben. Zum Abschluss der Importanmeldung kann der Steuerbescheid entweder ausgedruckt, abgespeichert oder direkt aus ZARA per E-Mail versendet werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind am Ende unserer ZARA-EZA-Onlineschulung angelangt. Z-Net. Z wie die vom Zoll.